Alter, so krass war der Swann noch nie, Alter. Was bringt denn das Ding wieder jetzt irgendwas Besonderes? Ja, also man kann mit der Timemomb die Map quasi ein bisschen austricksen, so dass wir zwei Perks auf einmal kriegen. Soll ich sie jetzt schon schmeißen? Ja, ja toll. Das Perk ist da, also schmeiß ich sie jetzt. Nein, nein! Was? Du hättest... Ja, davor, ich weiß, aber da waren drei Hexen hintereinander, kann ich nix machen. Doch, du kannst schon voll in drei Hexen schmeißen, egal. Hol das Perk und lass die Timemomb jetzt. Habt ihr gesehen, was ich gemacht hab? Ich nicht. No, ich bin Timem. Chris, nee, weil wenn du jetzt zündest, dann geht das Perk wieder weg. Ich hab schnell erst Nahladen bekommen und dann noch 116. Scheiß drauf. 16? Wann ist denn die Spirale, wo die 16 stellt? Achso, die Spirale ist, dass es... Da war ich die Timemomb geschmissen ab. Also da weißt du, von... Also, wohin du kommst, wenn du die Palme umzündest. So, ich geh jetzt punchen, Leute. Kein Bock. Ja, Chris, äh, Quatsch. Kevin, willst du auch punchen gehen? Ne. Das ist wirklich nicht. Okay. 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 Das ist auch keine Unterstützung jetzt. Oh, ich hab unter... Ich hab einen roten Totenkopf unter meinen... Ja, du hast... Super Instackel. Über dein, meinst du? Ja, du hast Super Instackel. Heißt, du musst die Zombies nur berühren, die sterben. Und ich hab meinen Instackel gerade verloren. Echt? Ich weiß, die Wandern, ja. Mich hat jemand getatscht. Chris, äh, Quatsch. Kevin, ich geh dann auch punchen. War, du schaffst das hier? Ja. Ja, ich will punchen gehen. Also, du willst echt nicht mitkommen? Ja. Okay. Wieso denn? Du hast doch Geld, oder nicht? Wie fährst du denn, was... So, alle meine Waffen gepuncht. Komm, ich helf dir, ich helf dir. Go, 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 go. Ja, ja, ja. Kannst du alles machen. Achso, du hast die Standard, ne? Ja. Äh, die würde ich nicht punchen, weil die ist gepuncht schwächer als ungepuncht. Ist also offiziell bestätigt. Ist wirklich so. Ja, das haben wir gesehen bei Backtakes. Äh, du willst doch mal an die Küste. Du hast 5000, ne? Äh, ich geb dir Geld, ja? Dann kannst du nochmal auf was Besseres hoffen. Die gibt... Nee, nee. Ich tausche die Wagon ein. Äh. Ja, ich hätte... Es wäre besser... Warte, lass ihn am Leben. Ich hab den Zombie. Wie gesagt, ich kann dir Geld geben. Geh ruhig noch ein paar Mal tun. Ich hab ja 42.000. Läuft. So, ich komm wieder back. Du musst mir dann sagen, was du so ziehst. Vielleicht kann ich dir da ein bisschen helfen. Also bei der Auswahl. Ja, Epic Gangster ist klar. Den holst du nicht. Ja, ich zerschieß mal den Brunnen. Ja, hast du Ragan Mark II oder was? Ja, gepuncht. Wieso hast du alle diese geilen Waffen? Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab den... Ich hab den verfickten Versteiner. Also Paralyzator. Ich hasse das aber eigentlich nicht. Ich mag den. Nee, ich mag den. Die ist zwar so gut, weil du so fliegen kannst und so, ja, aber... So an und für sich finde ich die nicht so geil. Ich mag's auch nur, wenn ihr fliegt. Das ist nicht gewohnt. Was hast du? Willst du den nicht haben? Nein. Nee, ich würde es dir empfehlen, zu punchen, weil gepuncht haut sie echt rein. Ja, das kann ich nicht mit einem einzigen Schuss teilen, verlang ich mein Geld zu reißen. Kein Geld mehr, schweißen. Ja, weil es gibt die Welt ist. Jetzt komm wieder back, Leute. Genau, warte, 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 wir warten bis Chris hier, weil er kein Chris den Zombie ablängt, dann haben wir, dann können wir in Ruhe Geld und so machen, weil, weißt du. Ja, dann haben wir Zeit. Yay! Ich war ich verarschend voll. Ja, der springt hoch und runter. Yay! Komm, spring hoch. Sehr schön. Kuckuck, kuckuck, kuckuck. Yay! Chris? Tasten? Nee, Chris hat noch nicht. Okay, komm mit, Kevin, folgen Sie mich. Folgen Sie mir. Auf Schritt und Trieb. Mit dem Mister Shotgun, ach nee, hab ich ja gar nicht. Ich hab gar nicht, ich hab, ich hab gar nicht Mister Shotgun. Sieht so fett aus mit dem Radio-Laden da nachher. Wirklich, was? Was, was hast du mit dem? Warte, so, äh, warte, warte, stell dich mal hier, hier, hier in die Ecke, please. So, und wenn da was droppt, ja, noch nicht einsammeln, ja? Noch nicht warten, bis ich, bis ich Bescheid sage. Äh, ich hab alles gepanscht, was richtig meist. Holen Sie sich. Bam! Das war ein Chosen-Ball. Und jetzt komm mit. So. Ups. Oh, ich nehm mal den Zombie woanders, dann. Ich bin ja da. Sag mal, ist die Frage, was für Waffen hast du? Du hast die Raygun 1, was hast du noch? Zeig mal her. DSR 15. DSR und du hast, hast du Muley Kick? Nee. Dann hol dir mal Muley Kick, bitte. Kostet nur 4000, dann kannst du trotzdem noch, trotzdem noch dreimal punchen. Ich hab doch gleich E-Sets drin, ich hab das Spiel auf Deutsch. Ja, ich sag Muley Kick, ich hab's auch auf Deutsch, aber ich bin gewohnt, aus Black Ops 1 Muley Kick zu sagen. Hab ich eigentlich noch Dings? Nee, hab ich gar nicht mehr. Dann gehst du nochmal trun jetzt einmal, oder zweimal höchstens. Chris, Chris, nimm Zombie. Warte, was kriegst du? Nee, hol gar nicht erst. Hol gar nicht erst. Doch, hol, du kannst, du hast ja eh Muley Kick. Dann tauscht du den wieder ein gegen was anderes jetzt. Wenn ich noch Munition in den Knien hätte. Nicht töten, Junge, äh, Chris. Schieß nur auf euch. Die kannst du nehmen. So, jetzt komm mit. So, wir gehen punchen, Digga. Also, du hast jetzt so Regan 1, du hast HMR und DSR. Ich hab den Paralysator. Halt, 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 ich muss kurz meine DSR holen. Moment, 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 kurz tauschen, zack. Kurz mal getauscht. Ja, ist so, ich will die DSR punchen, Junge. Keine HMR punchen, die HMR ist. Dein Arsch. Echt, ich liebe die HMR. Ich mag die weder gepuncht noch ungepuncht. Ich find die Waffe kacke. Habt ihr den Zombie eigentlich schon mal angehittert? Ja, deswegen sollst du ja beimbleiben. Hä? Deswegen sollst du ja beimbleiben. Ja, ich mein, ihr habt ihn schon mal geschlagen. Oh, ich hätte. Schieß die ab. Bitte, 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 bitte. So, komm mit. Du musst die abschießen, weil ich hab keine Waffe zum Abballern da. Siehst du? Echt jetzt? Wow, hoffentlich punchen, punchen Wurfmässer ohne Scheiß. So, du musst dir vor sich vor sich, da kommt eine. Wer hat von euch 5.000 Euro so gerade eben verloren? Könnte ich gewesen sein. Kommst du durch die Gart? Nee, Kevin hat es nicht verloren. Oh, ich bin ein Trottel, das ist aber echt mein Fehler. Äh, ich hätte keine DSR mitnehmen dürfen. Oh, Alter. Mann, das ist ja die Härte. Du kommst hier nicht durch. Volusata, der macht nichts gegen die Viecher. Es nervt so. Oh, Alter, das ist ja... Kommst du durch, irgendwie durchzurennen? Keine Ahnung. Ey, es tut mir leid, das war mein Fehler. Alter, ich bin nach einem Trottel. Oh, nein. Ich wusste, warum ich die DSR in Schrank nicht hatte. Ich wusste, wieso, komm mit. Wie viel Geld hast du noch? Na, einmal punchen kannst du noch. Ja, ja, läuft. So, komm mit. Wie bitte? Nein, du verlierst... Nee, 2.000. Du verlierst immer nur 2.000. 2.000 ist auch... Oh, Berührung, das ist schon heftig. Schon, oder? Halt, ich muss dich... Samentas Geister. Hey, die Fresse, es geht doch hier lang. Was, wo... Wenn du weißt, wo lang, dann führen sie mich bitte. Na, hier. Ja, gut, das hätte ich jetzt auch noch gefunden. Also. War hier schon was öfter. Du wahrscheinlich auch. Ja, war ich, aber ich kenne das Labyrinth trotzdem. Das Labyrinth ist für mich so ein... Was hast du jetzt gesagt? Hab, ihr ist schon beim Normalenweg verwirrt und beim Labyrinth dann erst recht. Was hast du jetzt... Die haben er, ja, hast du jetzt gemacht? Ja. Komm, ich mach's einfach. Ich hohe jetzt den Krauss-Refibrillator raus. Der Punch ist Ballistik-Kneif. Und dann noch die DSR oder die... Ja, komm, die DSR ist besser, wenn ich die punche. Ja, ja, geht. Ja. Ne, jetzt hab ich kein Geld mehr, jetzt ist es zu spät. Du, wir überleben hier drin niemals. Ich weiß. Äh, der ist Sturm und der hat sich was getan hat. Gut, scheiß drauf. Ich mach die Challenge hier mit Kevin. Ja, warte. Hey, Leute. Ihr könnt das überleben, weil ich euch den Brunnen freispreng. Viel freisprengen. Ja, ihr könnt euch den Brunnen nach oben abhauen. Ja, den hab ich schon bei euch drüben kaputt gemacht. Oh, okay. Wir müssen ja gar nicht das Jax nach Hause, oder? Nein. Nö, nö, nö. Ja, dann komm, springen, Junge. Dann lass springen, komm. Go, go, go. Ja, ich hab ihn noch. Ja, wir müssen, nö, 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 wir sind dann wieder oben, ne? Ja, wir sind dann wieder oben. Können wir dann nicht wieder... Äh, na klar, immer, wir können immer... Oh, fuck. Doch, na klar. Oh, nein. Äh, ja, bei mir wird es nix. Ich versuch hier zu, zu dingsen. So, komm, hier lang, hier lang, hier lang, go. Nein. Nein, Raygun. Deswegen hasse ich die Raygun 1 so. Die macht... Das ist doch nicht die Raygun, das ist doch der Zombie. Ja, 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 ja. Hinter mir. Boah. Boah. Komm, 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 lass sie ignorieren, die kommt mit. Wir müssen jetzt hier durch. Nein. Nein, er ist daneben. Alter, der scheiß Spacko ist daneben gerannt, obwohl ich genau drauf war. Äh, du, der rennt immer ein bisschen schief. Das ist immer so. Ja, aber wie schief... Ey, Digger, Digger, Kevin hier unten. Hier ist der Brunnen. Hippie. Das ist echt orale, ich will das aufgemacht. Ich bin gestorben. Chris. Ja? Du hast doch gesagt, du hast den Brunnen vom Hexen aus aufgemacht. Ich hab gesagt, der ist gerade orale schief gelaufen. Boah. Hört mir doch mal genauer zu. Aber nee, du hast davor gesagt, äh... Der, ich hab den Brunnen geöffnet, aber nicht das Portal. Ja, das hat... Junge, wenn du den Brunnen hier vorne kaputt machst und der andere bereits kaputt ist, dann heißt es doch, dann ist doch logisch, dass das Portal da ist. Ja, aber der äußere Bayern ist ja noch nicht kaputt. Du hast aber vorhin schon gesagt, dass das, dass das, äh, aufgemacht ist. Nein, nicht der. Ich krieg zu viel. Ja, du, wirklich. Okay, okay, ja, dann beend die Runde irgendwie. Ja, ich hab alles... Oh, nein. Mein ganzes Geld ist schon wieder weg, weißt du? Von 40.000 auf 3.000, das kotzt mich an. Aber das war auch mein Fehler von dem Hexenhaus. Ich hätt die HMR behalten müssen. Ich bin ein Trottel. Weil mit der DSR ist klar, dass sie nicht durchs Hexenhaus kommen, weil... Wieso? Das ist deine Kumpel, sie... Nein. Das ist Theo. Das ist einfach, achten Sie, Theo. Das ist nicht so, dann kommen wir nur noch. Aha. Äh, du verreckst jetzt, oder? Du bist der. Oh, Glück, Glück, Glück. Glück. Glück, ja, Glück, kein Skill. Deine Mutter heißt Skill. Glück war das. Jetzt spaller die doch mal ab, was machst du denn da? Bisschen Claymoren. Na, auch eine 17 ist das schlecht. Du hast ihn angeballert, ne? Ja, ist mir schlecht. Nicht egal, den bräuchte man echt oft noch. Ja, ja. Oh, doch, der Bottel, ein Loch ist für immer weg. Seine Mark II hat schon leer, der war gleich leer, Alter. Warum schießt du eigentlich zuerst mit der Mark II? Schießt du zuerst mit allem anderen, was du hast? Ja, geht schnell, bin viel zu faul. Wow, dein Elm ist ja echt geil. Dein Elm war gerade richtig gut, muss ich sagen. Der ist Max Muni, ich würde es ja holen. Ja, wenn du da jetzt, ach so, okay. Ich dachte schon, du willst das da hinten reinrennen. Alter, hast du das gerade gesehen, wie es rumgesponnen hat? Ich wollte fliegen und dadurch Doktor Niete benutzen. Aber nein, der packt rum. Ich hasse das Spiel. Manchmal so richtig. Ja, Leute, Runde 17, die Runde war nicht so tolle, aber scheiß drauf. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bitte noch rein. Bam!